Willkommen zu dieser Bibelbetrachtung. Ich lese von Johannes 12. Kapitel 1.8. Du sagst dir vor dem Passafest zum Jesus in Bethanien, wo Lazarus war, der du wie stark war, als Jesus vom Tod abgeweicht hat. Du möge sie an eine Ofenkost, in Marta Bedein, Lazarus wie eine, die mit ihm umdreht. Dann nehmt Maria ein Pansai, die er reinten, nahe den Eilen geht Jesus da über die Feind und dreht am der Feind mit ihrer Hau und er kann so höchst recht nur das Ei. Bei einer von seinen Jüngern, Judas Iscariot, der am Neuer Herr verrohrt hat, wurde am Wort diese Sau, weil er nicht für 300 Sauerkrasche verkauft und dort Geld für die Ome gegeben hat. Das sagt er aber nicht, wenn er dort um die Ome zu tun wird. Er wird ein Stehler, er dreht die Geldtasche und nimmt für sich selbst, was er nicht gelegt wird. Dann ist Jesus lautartig zufrieden. Das soll so jahre, als wenn er das zu meinem Begriffnis getan hat. Willst Ome, wo ich immer beginnt haben, aber mir, wo ich nicht immer haben. Das ist ein sehr schöner Aufschnitt oder mit zwei sehr verschiedene Botschaften, die wir dort zu starten wählen. Wie seine eine Person, die eine trüe Leib zu Jesus hat. Eine handhebende Leib, die erbastet für Jesus. Maria, sie gelebt an Jesus. Jesus hat ihr Bruder abgeweigt. Sie ist wie eine Notfallerin von Jesus. Sie weiß dort, mit dieser großartige Tod, was sie hier gelegt hat. Um Jesus, ihre die erste Saul, was sie heute. Ihre feite Jäte an der Märkte Saul war. So eine Parfümsaul wird der Zeit für die frühe, der jahne Zeit sehr, sehr wichtig. Und wir nehmen auch in China dort so verstanden, dass das, was wir heute haben. Eine aufopfernde Leib wäre für Jesus und Maria. In dieser Leib wird der Herr Jesus geräut und würdig. Dort ist der Leib, der an der Gott wirklich zu tun ist. Dort wird das eine Welt, die wir heute haben. oder dass wir in der Zeit sind, für sich kunde Menschen zu sein und viel mit Maya da ist alles kund über diese Leib zu Jesus dass wir dort was Maria so groß mögen und das ist auch was Gott von der Albi an sich auch daan wollen wir geben auch daan wollen wir der Umhaut was immer wir tun der größte Gegensatz ist Judas er kritisiert er redet es, wenn der Verschwendung passiert in welcher Zeit wie Jesus sei er aufgehörst wort von Ungescheid und er wird seine Leib für Jesus ab so er auch seine Jünger wieder er sagt das eine er wird sogar ein Rebe er läuft durch Geld die große zwei Bilder wird hier er wird er kommen eine drühe war aufab von der Leib für Jesus in der andere eine Leib durch Geld er wird der Leib zu Jesus der Wohne 2 sie die der Wohne sie die hier wie der Jünger der Jezus abrichtig lief oder der Jünger der Ram goen und kritisieren und immer bloßt daran denken wo sie wort für sich rutschlohne tjenne vor dem Himmel wir bede der Ram dass der Stiene Geist die Wohne Leib in uns Hohenmacht waardliche Fote ütlote in Krautwurst Amen